1475 kam er nach einer langen Reise in Rom an. Dort traf er auf Papst Sixtus IV. und fand's supergeil. Der hat Rego Montanus mit anderen Wissenschaftlern beauftragt, den Kalender zu reformieren. Aufgrund der Überschwemmungen des Tibers verbreitete sich die Pest wie ein Lauffeuer, welches viele Leute ins Gras weisen ließ. Die Pest, die Pest, hat er nicht mehr kommen. Es wäre clever gewesen, Rom zu verlassen, aber hallo, wer kriegt schon den Auftrag vom Papst höchstpersönlich? Ich musste den Auftrag erledigen.